Hi, ich bin Sebastian und du schaust meine One-Minute-Homily Quarantäne. Als ich in Paris war und der erste Lockdown begann, fühlte ich mich wie eingesperrt im Haus. Es war ein Gefühl der Enge, der Isolation. Wie gefangen fühlen, kann ich mich auch in anderen Situationen. Es gibt so etwas wie die Quarantäne des Kreisens um mich selbst. Aus dieser Quarantäne kann ich mich nicht einfach wieder freitesten. Der, der mich aus dieser Isolation befreien kann, ist für mich Jesus Christus. Er verkündet den Gefangenen die Entlassung, er schenkt den Zerschlagenen die Freiheit. Das ist für mich die gute Nachricht, die Jesus den Armen verkündet. Dass er mich aus meiner selbstgemachten Quarantäne befreit, indem er immer für mich da ist und mich für andere öffnet. Worin besteht die gute Nachricht für dich? Schreib es gerne in die Kommentare. Das ist sehr sehr schön. Wenn man es noch nicht gut ist, dass die vibe ist, mir zu fühlen, mit meinem Antonin auch dabei ist. Untertitelung des ZDF, 2020